Der Gutshof Neusackro bei Forst. Rund 30 Kilometer von Cottbus entfernt hat man sich hier eine Sache auf die Fahnen geschrieben. Landwirtschaft zum Anfassen. Das sieht man, wenn man einen Blick in den Hofladen wirft. Neben frischen Backwaren gibt es hier auch ein großes Angebot an Fleischprodukten. Alles stammt hier ausschließlich von Tieren aus eigener Aufzucht und von ortsansässigen Bauern. Wenn Sie hier mal einen Spaziergang auf unserem Hof machen, dann sehen Sie, dass wir umgeben von Feldern sind, von Getreidefeldern. Und das ist das Futter für unsere Tiere. Die wachsen hier 200 Meter entfernt auf dem Gut auf. Und gerade mal 20 Kilometer entfernt von hier werden sie geschlachtet und zubereitet, sodass sie innerhalb von drei Tagen bei uns hier im Hofladen zum Verkauf ausliegen. Und ich denke, diese große Produktionskette und diese Transparenz, die wir damit auch zeigen, denke, das ist was ganz Besonderes bei uns auf dem Gut. Und das kommt auch bei den Besuchern an. Jeder kann hier einen Blick in die Zuchtanlagen werfen. Kinder freuen sich natürlich besonders und das über den Streichelzoo. Das hinterlässt Eindruck. Traumhaft schön. Ich bin aus Mecklenburg, aus einem schönen Dorf mit dem Namen Bloxin. Und da hat man sowas nicht wieder hergerichtet, sondern abgerissen. Man weiß, wo es herkommt. Das wird hier alles hergestellt. Und das schmeckt natürlich besonders gut. Und wenn es gut zubeitert ist, ist es umso besser. Naturnah ist es. Und man kriegt Sachen zu kaufen, die es im Laden nicht zu kaufen gibt. Das ist in meiner Welt so. Das Alte. Was man so erhält vor allen Dingen. Das ganze Umfeld hier. Was man hier aufgebaut hat und zusammenkriegt in der Gemeinde. Das schafft ja nicht jeder sowas. Das ist schon wirklich gut. Seit 2007 wurde der Hof grundlegend saniert und umgebaut. Viel ist seitdem passiert. Im Mittelpunkt stand dabei der ehemalige Getreidespeicher. Aus ihm entstand der Hofladen und ein Restaurant. Demnächst wird es einen gläsernen Kuhstall geben. An der ursprünglichen Vision wird immer weiter gepfeilt. Genau das, was wir eigentlich versprechen und vorhatten von Anfang an, die Landwirtschaft zum Anfassen. Die Regionalität im Hofladen, im Restaurant, die regionalen Produkte, mit denen wir unsere Speisen zubereiten. Das ist eine Weitläufigkeit, wo man sich entspannen kann, wo man immer wieder was Neues entdecken kann. Die Tiere im Streichelzoo und unser Wildgehege. All das erlebt man am besten selbst. Betriebsausflüge, Feiern, Familientreffen oder sogar Hochzeiten sind hier möglich. Das Erlebnis ist individuell buchbar. Seien es Traktorfahrten über den Acker, Ausflüge mit Pferden oder spezielle Vorführungen. Das Gut Neu Sakro bietet den Besuchern schon jetzt eine landwirtschaftliche Atmosphäre. Und das gerade einmal wenige Autominuten vom hektischen Stadtleben entfernt.